Hi Leute, willkommen zurück zu Genshin Impact. Wir machen uns jetzt auf die Suche nach dem neuen Miniboss, der irgendwo hier hinten sein soll. Ich nehme an, der ist irgendwie in der Höhle oder sowas. Denn hier ist praktisch ein Eingang in der Höhle rein. Hier auch irgendwie so. Einfach von hier hinten anfangen, runter, einfach komplett. Entweder ihr lauft wirklich den Weg ab und holt euch gleich die Statue der Sieben und anlockt die Map. Oder ihr geht halt einfach ein Stück hier querfeldein rüber. Mal gucken. Entweder hier drinnen oder doch oben drauf. Ich habe aber nichts gesehen, womit ich oben rauf komme. Hoffen wir mal, dass der Inn drinnen ist. Dann muss ich nicht nochmal. Neustart, die Aufnahme. Was ich sehr, sehr nice finde, es sind immer wieder so eine Blumen auf dem Weg mit Ausdauer-Recovery, dass du dann weiter durchlaufen kannst. Sehr nice gemacht. So, warte. Du bist nicht hier. Machen wir das mal weg. Wir wollen hier nicht schummeln, falls hier der Boss ist. So. Viel Boost brauchen wir, glaube ich, nicht. Sieht nach Boss-Plattform aus. Ja. Dann schauen wir mal. Wird mich wahrscheinlich erst mal verprügeln. Ich habe jetzt die erst mal für den Damage-Cookie gerade mal ausgetauscht, gegen Fischl. Ähm. Okay. Du hast den Bogen. Ja. I will cleanse you of your sins. Ganz ruhig, Brudi. Ganz ruhig. Ich habe noch nichts gemacht. Ähm. Ein Monster ist uns des Abgrunds, das in der Lage ist, eine Vielzahl von Elementen im Kampf einzusetzen und ihre entsprechenden Elementarschilde zu nutzen. Um sich vor Schaden zu schützen, im Kampf erschaffte Elementarringe und stimmt für mächtige Ange-Vongesang an. Okay. Jetzt Theater, Brudi. Mittels Elementarreaktionen lassen sich möglicherweise alle Ringe zerstören und damit drohende Unheil auf... Kühnen... Und ihr seht, ich bin auch schon ein paar neuen Gegnern begegnet. Also. Guten Tag. So. Ja, ja, ja. Aui. Wann man... Vom Prinzip her, du willst dich drinstehen. Hasmogoria. Also ja... Äh, äh, Miniboss. Äh. Hm. Hm. Er sieht stark aus. Ich hatte gehofft, er ist ein bisschen stärker. Aber ich glaube, ich habe mit Fischl in der Gruppe doch ein bisschen übertrieben. Schauen wir mal rein. Drei, drei, yes, drei. Okay. Okay. Lass der, lass der Haften Teufel hören. Okay. Leider kein Five Star. Ähm.